Hallöchen, hier ist der Björn vom LSNPD und wir spielen Assassin's Creed 3. Wir sind beim Harbour Master und mit dem werden wir mal interagieren, weil wir haben hier noch einige Sachen, die wir machen können. Huch, was haben wir hier? Kriegsgespenst, Akte 1. Brennende Dämmerung. Risiko minus 25 Prozent, minus 25 Prozent, minus 25 Prozent. 25 Prozent von 80 Prozent oder 25 Prozentpunkte? Also wenn wir jetzt minus 25 Prozent haben, fällt das dann auf 60 Prozent oder fällt das auf 55? Wir finden es heraus. Die britischen Freibeuter zerstören, die die Handelsroute auskundschaften. Diese maritime Mission starten? Jo. Guck mal hier, was da für ein Wind unter seinen Mantel geflogen ist. Da kriegst du so einfach nicht hin. Ähm. Auf Gefechtsstation, Männer. Gefechtsstation. Ja, das hauen wir hier aber alle. Ähm. Wie war denn das nochmal? Huch, ne, das war falsch. Ach, das war auch falsch. Ja, noch passiert ja nix. So, jetzt drehen wir erstmal den ganzen Kahn in den Wind. Was? Wieso treffen wir den denn nicht? Ja, Segel mal hart. Okay, dann müssen wir da jetzt mal. Oh, oh. Na, das ging aber gerade eben nochmal so gut. Na, das ging aber gerade eben so. Komm schon. Ui, 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 ui. Feuer! Feuer! Höpfe runter! 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 Na, Limit für Schäden. Kennst du Limit? Feuer frei! Einiger Segel! Einiger Segel! Einiger Segel! Wo ist das? Heiliger Segel! Heuer! Heuer! Heiliger Segel! Halbes Segel! Ui, joi, joi, womit schiehst du denn? Ist das Stadtgas? Feuer! Feuer! Geht's mehr! Ja, die sind alles! Ich meine! nicht Ach, Mist, daneben. Aber mit den Dingen mache ich sowieso nicht richtig schaden. Aber das sollte vielleicht jetzt sogar reichen. Ach, schade. Na, komm schon. Ja. Ist immer noch nicht kaputt. Ja, jetzt aber. Wow. Das war jetzt aber knapperig, ne? Das hätte auch schief gehen können. Ja, Limit für Schaden. Leben am Limit, sage ich da nur. So, wir machen mal gleich die nächste Mission. Die finde ich nämlich irgendwie ganz schnieke. Ja. Aber wir gehen lieber an Land, oder was? Gib mir die nächste Mission, Meister. Guck mal, jetzt sind wir auf 55. Deswegen ist es minus 25 Prozentpunkte. Weil 25 Prozent von 80 Prozent sind natürlich nur 20 Prozent, ne? Ist ja klar. So, starten. Hilfe, Ruf. Ach, da müssen wir wieder jemanden retten. Auf den Notruf von der Independence reagieren. Diese maritime Mission starten. Karibische Insel. Äh, Karibische See. Ich kann nicht mal mehr lesen. Was ist hier eigentlich los? Ja, kletter da mal hoch. Ich weiß gar nicht. Moment, da kommt... Ähm, wo komme ich denn hier raus? Hallo? Ähm. Oh, meine Güte. Da rechts guckt ein Stein aus dem Bazar. So, 300 Meter. Die kriegen wir doch eingeholt. Oh, oh. Ja, dann fahren wir denen mal entgegen. Was? Wo kommen die denn alle her? Ja. Na komm schon. Ich glaube, das wird nix. Ähm, ja. Ach Mist, jetzt hab ich auch noch selber auf die geschossen. Feuer. Gebt ihr halbe Segel. Cheat. Feuer frei. so okay komm schon ja miss ja ja na komm schon und ja oh meine Güte das war aber knapp das war aber richtig knapp das war das war drei Pixel knapp huiuiuiui aber geschafft muss man ja mal so sagen ne der ist ja so dritte Mission machen wir auch noch dann machen wir diese Folge mal maritim diese Folge wird maritim vielleicht auch der Name weiß ich nicht wenn ich es vergesse dann nicht so wir drehen uns nochmal um und reden mit Gips und wir machen hier die letzte weil Freibäuderschiff Somerset finden und zerstören meine Güte meine Güte Spannung pur Och und schon wieder die Karibische See und schon wieder ist es 1776 und schon wieder sind da weniger Steine an Bord was ist das denn und wieso ist das so neblig und wieso sehe ich nichts ähm wir brauchen mehr Farbe jetzt alle alle Segel so ich bin ja mal gespannt ne irgendwo hier muss sie sein ach ich kann sogar auf Dings äh Blick hier machen cool zurück an die Reling so bereit machen Jungs und Feuer au so man Feuer Feuer freit Feuer hier wir haben uns getroffen das geht nicht Pepin Chief Streitseite abgeben so Gebt mir alles! Volles Segel! In Deckung! Ah, Mist. Na, kann ich da irgendetwas anschießen? Okay. Oh, oh. Eine Segel! Feuer frei! Wir volle Segel! Feuer! Halbes Segel! Anhalten! Runter! Runter! Halbes Segel, aber schnell! Oh, oh. Oh, oh. Gebt mir halbes Segel! Auf, mein Gleiches! Breitseite abgeben! Uh, hat später gegen Knopf gekocht. Fahrt Segel! Hände noch nein! Bereits zum Feuern! Schieß! Ah, das ist alles nicht so, Timor. Bereits zum Feuern! Bereits zum Feuern! Und Feuer! Wie schmeckt euch das? Harten! Leber für Feuer! Noch nicht! Bereits zum Feuern! Halbes Segel! Auf, halbes Segel! Feuer! Ja! Die Begleitflotte haben wir versenkt. Die Summerset haben wir versenkt. Gebt mir alles! Alles Segel! Und wir sehen, wie sie langsam auf den Meeresboden sinkt. Die Suche nach der Summerset. Hm, 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 hm. Volle Synchron, ne? Ist ja ganz klar. Ja, und ich glaube, damit beenden wir mal diese Folge. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Däumchen und Abo und alles mögliche natürlich gerne da lassen. Und wir sehen uns. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!